Im Spiel entfernt, nachdem du fünf Leisten mehr... Alter! Oh, shit. Alter, was haben die denn für eine Aura jetzt noch hier? Junge, was geht mit denen ab? Die haben... Oh, da ist die Standarte. Ich hab sie nicht gesehen. Die hat sich als Baum getarnt, Alter. Meine Hunde. So, jetzt geht's ab. Komm. Alter, ich bin einfach verlangsamt und gestunt und sterbe. Oh nein. Nein. Oh nein. Warte, ich metze sie gerade alle weg. Ich hab sie alle. Oh, deine Nymph hat die Schüsse blockiert. Nice. Oh mein Gott. Alter. Das hätte ich nicht erwartet, dass sie so reinhauen. Oh, jetzt nochmal so ein Böse, Alter. Oh, da oben sind zwei... Es ist einmal ein Rudelführer und noch so ein Kriegsführer. Ja, ich weiß, hab ich doch... Meinte ich doch gerade, Mann. Oh Gott. Gut abgelenkt. Nein, Kampfstandarte. Tötet dich. Aber ich glaube, sie sind außer Reichweite von ihrer Kampfstandarte. Ja, das ist natürlich schlau. Behinderte, Alter. Hier will die ganze Zeit Volltreffer machen. Ha. Du... Ha. Basti. Ha. Aha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Hi, hi, hi. Ich kann nicht ins Zelt reingehen. Oh. Belastend. Aber richtig. Es belastet, mein Junge, es ist gut. Oh, ja, in der Tat, in der Tat. Oh, Gott. Dies, dies tut es. Ja, ja. Palm, one hit. Wo sind denn diese komischen Schwestern hier, ey? Keine Ahnung. Oh, nö. Sumpf geht hier. Warte, hier sind Fackeln, hier geht es doch weiter, oder? Ja, aber es sind kleine Fackeln. Na gut. Guck mal. Ich hasse so ein Sumpfgebiet. Da kenne ich auch immer nicht, wo es übers Wasser geht und wo nicht, Mann. Das ist immer voll schwer zu sehen, finde ich. Oh, keine Ahnung. Also da oben geht es nicht. Probier nicht, nee, da nicht. Oh, yeah. Jetzt bin ich aber wirklich gleich Level ab. Dreckig. Ich brauche noch zweieinhalb Leisten. Ich brauche nur noch eine halbe, oder so. Nicht mal. Ich brauche noch eine halbe, eine halbe. Warte, lass uns mal die Mitte aufdecken, oder? Ja. Fleischreißer. Ich bin schon froh, dass diese komischen Riesendino-Menschen nicht mehr kommen da, Alter. Wie heißt denn, die Drachenkrieger, oder was das war, Alter? Ach, meine Hände jucken. Oh, shit. Ich dachte, ich könnte da durch. Fuck. Na, Dinos gehen klar. Ja. Ich muss zwar trotzdem Heiltränke trinken, aber... Egal. Ich habe noch 90 Stück, man. Ich habe noch 85. So. Ach, shit. Hätten wir das Gebiet jetzt auch aufgedeckt? Jetzt ist nur die Frage, rechts oder hier oben? Äh, pff. Ja, oben war eine Höhle. Das gerne, ja. Egal, da müssen wir im Notfall eben nochmal zurücklaufen. Warte mal, wo oben meinst du? Hier, jetzt nach oben. Hä, da sind wir hergekommen. Nein. Wir kommen von unten. Aber oben kommen wir wieder auf den gleichen... Achso, hier oben ist gar nichts mehr. Ja, da oben kommen wir auf das... In dasselbe Gebiet dann allerhöchstens weiter. Komm auf die Karte. Jo. Ich sehe es gerade. Das war die Höhle auf der anderen Seite oder sowas da, glaube ich. Achso. Na dann, dann geht's ja nur rechts lang. Das ist ja gut. Warte, hier ist noch ein bisschen was. Oh. Ja, hier ist noch ein kleiner Trupp Dinos. Die dürfen nicht überleben, sonst vermehren die sich noch wieder hier. Stimmt. Mist, ey. Vielleicht haben sie das schon gemacht. Einen können wir am Ende übrig lassen. Extra grausam. Kleine Baby da? Das kleine Kind alleine? Nur mal mein Hund. Ja, das... Man hat uns doch Fleischduss. Ja, zu spät. Das nächste kleine Dino-Baby lassen wir alleine. Ja, das lassen wir alleine in der großen Welt zurück. Oh ja. Oh, hier geht's doch noch weiter. Das ist nämlich doch die Höhle da oben. Ah, shit. Aber das ist der einzige Weg. Oder? Ne, stimmt, da geht's ja auch noch weiter. Hey, dann lass mal... Ach, wir gucken jetzt auch, was das für eine Höhle ist, Mann. Natürliche Höhle steht da. Dürfte wohl nichts Großes sein, wahrscheinlich. Ja. Mal gucken, mal gucken. So. Zack, ab in die Höhle. Zombies? Was machen die denn hier? Und was sind das für komische, hässliche Pilze an der Wand da? Oder was das ist? Das sind Fungis, mein Freund. Oh, ja. Oh, ich bin aufgestiegen. Oh, Drexer. Oh, ich bin aufgestiegen. Oh, ich bin fast tot. Oh, ich bin aufgestiegen. Oh, jo, 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 jo. In der Tat. Ey, da hinten liegt eine Truhe. Da würden richtig geile Sachen drin sein, denn... Ey, das geht sogar. Ha! Ah, shit. Okay, dunkle Nobelisten wegklatschen und dann... Oh, Mann, ey. Oh, ich bin fast tot. Alter, die hauen ganz schön rein. Kann das sein? Mann, obwohl du vorhin gestorben bist, Mann, hast du trotzdem noch so viel Erfahrung vorsprung, ey. Geil. Ja. Ja. Du, Drexer. Ja. Ja, hier geht's nicht weiter. Na super, das war ja eine super Höhle. Ja, geil. Da oben ist noch eine Truhe. Und ein Korb. Scheiße. Egal. Oh mein Gott, ich hab tatsächlich einen Vorsprung. Vielleicht kann ich Gegner ohne dich töten, Mann. Das kann sein, aber ich bin schneller als you. Egal. Lass beeil dich, Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich seh dich auf der Karte. Nein. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Oh, ich bin hängen geblieben an einem Baum. Oh, shit, ich glaub, ich bin an der falschen Stelle gelaufen. Scheiße. Ah ja, stimmt. Oh nein, ich bin an dem Zaun hängen geblieben. Nein. Jetzt bin ich sogar vor dir. Ach, du Bastard. Oh, da oben ist ein Schrein. Was ist das? Was ist das? Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Wollen, glaub ich. Oder? Schreiner Meisterschaft. Ah, gut, das passt. Oh, jetzt hab ich auch so den falschen Zauber eingesetzt. Ne. So, jetzt kann ich meine Hunde Level 20 rufen. Die B. Die B. Der Dünfer, der Dünfer muss das auch... Ah. Ah, das sind sie wahrscheinlich, ja. Ja. Etwas Schreckliches ist passiert. Meine Schwester ist in Probleme geraten. Aufgabe aktualisiert bestimmt. Natürlich. Ja, drei Schwestern. Was habt ihr hier überhaupt euer Lager, ey? Jetzt mal ohne Witz, ne? Echt? Mitten im Sumpf, Alter. Das sind bestimmt keine Schwestern, das ist irgendwas komisch. Das ist irgendwelche Monster. Jetzt hab ich drei Hunde. Irgendwelche hässlichen Mutanten, ey. Guck mal, ich hab sogar drei Hunde jetzt. Ja, chill euch. Richtig geil. Nice. Alter. Ich hab keine Mahner mehr. Bitte? Zum ersten Mal im Spiel, ich bin so stolz. So, jetzt hab ich drei Hunde Level 20. Oh Gott, die Dschungel krieg ich ja wieder. Oh Mann, ey, Alter. Jetzt hab ich nur noch einen Hund. Bitte. Wir müssen dir deine Hunde wegnehmen, ey. Ja, Mann. Das ist einfach nicht fair, Mann. Fair, Mann. Das ist gar nicht fair. Aber Tom and Jerry's, ne, nicht Tom and Jerry's, wie heißen die? Doch. Bill und... Ne, Tom. Ähm. Ach, keine Ahnung. Tom and Jerry? Nein. Das kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein, dass die genau heißen dazu. Geht ja nicht. Bill, Bill, oder? Bill. Bill and Tom. Tom and Billy? Ne, Jerry war dabei. Ja. Oder? Ja, Jerry war dabei. Ben. Ben and Jerry. Ja, Ben and Jerry. Das ist Ben, seine Haule verloren. Das ist gar nicht fair. Ja. Ja. Wir sind aber auch missgeschneidt, ey, diese Schweine. Du bist sau schnell da. Wenn du da bist, mach mal ein Portal, dann kann ich mich hinterdeportieren. Aber und das dauert so lange. Das ist dann wenig auch hingelaufen. Das ist Ben, seine Haule verloren hat. Das ist gar nicht fair. Ben and Jerry's Chocolate Chip Cookie Creme. Die ist fair. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die Werbung bleibt. Chocolate Chip Cookie Creme. Oh, yeah. Ich sterbe schon wieder. Tschüss, glaube ich. Zumal kriege ich, Alter. Na, und du machst dir da hinten gemütlich, oder was? Pimmelst da rum, du. Klar. Oh, Rebengewächs. Oh, ich hab ein Müll-Item aufgehoben. Und da ist auch noch irgendeine Sense. Ja, ja, sortier ich wieder nachher, wenn ich die Aufnahme auflöche. So, ihr Missgebührten. Oh, das war jetzt geklaut von Solutions. Tut mir leid, das werde ich nie wieder sagen. Missgebührten? Ist das ehrlich von ihm? Ja. Bitte. Okay, ich glaube, er hat das Wort nicht patentieren lassen, aber... Ja, es ist trotzdem ein bisschen komisch, wenn ich andere Wörter kopiere. Ja. Aber es ist so lustig. Es klingt einfach so richtig geil. Ich nehm deinen Stein auch noch auf. Genau, heb mal meinen Grabstein auf. Junge, was sind denn das für Drecksticher? Wieso haben die Tiger überhaupt Waffen noch? Wieso können sie auf zwei Beinen laufen, Mann? Weil das Tier Menschen sind. Das steht doch da. Oh, Mann, ey. Deswegen sind die auch so stark, weil Menschen einfach geil sind. Oh, ja. Macht Sinn, oder? Macht richtig Sinn. Macht voll Sinn, Alter, Mann. Alter, Mann. Ey, Aufgaben, Tiermenschen. Kannst du jetzt mal... Achso, da bist du ja schon. Ich werde lieber schauen, da hinten. Ich wollte gerade schon sagen, kannst du mal an Land kommen? Was ist das denn für einer? Ja, Mensch, kriegst du ja nur. Lappen! Ich dachte, der könnte uns töten, Mann. Kannst du haben, wenn du willst. Oh, elektrisierte Doppelklänge des Verzehrens. Oh, eine Schwester. Vermisste Schwester Ru-Zau. Und dann mal einmal kurz gedenkt sein. Ach, ich war noch nie so verschreckt. Ich war noch nie so verschreckt. Gebrochen, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Gut, dass du kamst. Ich kam... Äh, nochmal ansprechen, oder was? Ich kam, sabte und siegte, Alter. Hier, du, du kannst noch mal ansprechen, hast du gemacht? Mach ich gerade. Vor langer, langer Zeit tarnte der große, weiße Hörger und wanderte durch unser Land. Niemand wollte ihm reißgeben. Niemand ließ ihn herein. Außer mir und meinen Schwestern. Der große, weiße Hörger, ist mein Schwestern. Der große, weiße Hörger, ist mein Schwestern.